Prominente Republikaner haben empört auf den Schuldspruch von Trump reagiert. An erster Stelle ist hier sein ältester Sohn zu nennen. In einem Instagram-Filmchen pöpelte der 46-Jährige gegen das Gericht und die Jury. Es sei ein trauriger Tag für Amerika, schimpfte Trump Jr., die Demokraten und Präsident Joe Biden hätten die USA endgültig in ein Drecksloch verwandelt. Doch damit war Trump Jr. mit seiner Tirade längst nicht fertig. Denn auf Ex pöpelte er weiter, erklärte, diese Leute, also die Anhänger der Demokratischen Partei, würden alles tun, um an der Macht zu bleiben. Es ist ihnen egal, ob sie dabei, unser Land zu stören. Mit Blick auf den Termin der US-Wahl mahnte er, der 5. November ist unsere letzte Chance, es zu retten.